hallo hallo und der jens hallo und nicht vergessen natürlich wir haben heute aus mission was haben aus mission eigentlich wir müssen dass er viel trocken geschehen und hier gerade spazieren schon schön zermatt der opa wir haben 2 ja dann schauen wir mal was uns erwartet viel action mein spiel steigt automatisch aus mal verteilen bitte flanken sichern rechts flanken sichern links ich habe eine mk 200 wir müssen wir müssen ja die straße runter links ist angezeigt wer sind da noch drinnen im lkw kann ich sagen schüsse ja da ist ja nach links runter da ist ja das team da doch mal erst mal links daten gucken durch die stadt durch die stadt vorsichtig weg einer weg am geschütz ich weiß noch nicht wo sie sind warte ich muss mir meine 404 vp setzen da vp und wieso sieht man die vp und nicht wenn man sich den selber setzt die entfernung ja habe ich auch da muss rum gucken wissen haben wir eigentlich schön ich habe ich nicht aback warum mache ich das eigentlich so 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 ja da ist kein fenster in die richtung ich hab die beste waffen mit dem doofen rotpunkt visier hier ah da oben ist was kümmt sich ich bin zu weit weg das nutzt nichts hab ich noch mal ein visier dabei vielleicht ne und diese dann wieder dieses fertig ne geht mir jetzt schon wieder um keks jetzt schon wieder am keuschen hier wie da oben rechts siehst du deine stamina ach ich hab nur paketenwerfer schiss kommt ja auf mich ja du bist fast also ich komm jetzt mit der trugne gell hör rein ich schütze den drückbar hier da haben wir keine fernglas b habe ich ne ich habe auch kein also ich hab eigentlich eins Achtung Achtung weg da unten ach ne ich hab doch keinen fernglas ne was pass auf oh Gott das war mal das war mal ich hab falsch sorry wow er hat seine granate auf ok über euch äh schlecht ah cool äh lol 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 ok dann würde ich mal sagen äh ne der hat eine bombe abgeworfen ich würde mal sagen vorrücken ne warte ähm moment kompass 320 grad 4 man 320 ja 320 auf dem berg oben hab ich grad hingelegt ah kann ich nicht sehen im moment ah ich kann jetzt so hoch schießen ganz oben auf dem berg ja ok jetzt rennen sie weg boah hier kommst du kommst du ja gar nicht runter die haben gerade meine drohne runter geholt zwischen wessen laufen sie oh shit ich gehe nach vorne ein bisschen ich gehe nach vorne ein bisschen das ich gehe runter unten das Schiff ich bin hinter Hitcher 3 1 5 muss weiter vor ich kann von ihr jetzt nichts anrichten Ich auch nicht. Warum? Aber Pat guckt auf jeden Fall schon mal richtig. Ne, Moment, Pat, diese war dann nach rechts. Die, die sind so, da wo die Sanddecke sind. Zwischen, in der Gubel so gesehen, ja, ja. Oh, leu, ihr seid schon ganz da unten. Was geht denn ab? Ja, vorrück' mir. Ich hab aber niemanden gesehen. Ja, direkt vor euch, sie sind gesehen gleich. Also, ich hab, ich hab Ferngefakt. Aber wo Seiten hier, da ist es. So runterglauben. Wir gehen den Berg jetzt hoch. Wir gehen den Berg jetzt hoch. Genau da, wo ihr jetzt hochgeht, da sind vier Leute. Na gut, wenn wir die sehen würden, ne. Ich seh's aber auch nicht. Ich hab sie eben nur von oben gesehen, weil ich ja nicht so von oben runterguckt hab. Ja, ich seh's aber auch nicht. Das war 320, aber das ist ein bisschen weiter. Ja, die sind mittlerweile rübergegangen. So 300, 380, ca. 300. Ja, 300. Wir sollten aber erstmal oben jetzt den Punkt da sichern, da. Ja. Da, wo die eben waren. Two, four, five, eight. Move 200 Meter. Run. Ich hab so'n scheiß MR-Zug gewesen, ja. Da sind Hase. Ja, ich auch. Na, da läuft ein Hitschi. Hab noch 100 Meter bis zum Punkt. Ja, bisschen weiter. Hi, Chax. Hi. 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 Hey, das Keuschen, ne? Ja, um, also in meiner, auch gleich einen Anfall, glaub ich. So, um es Hitschi. So, ich bin hier. Hier liegen zwei Tote. Ja, da bin ich so weiter rechts. Berg runtergelaufen, ca. Müsste da runtergelaufen sein. Genau, die zwei Tote hab ich eben weggeholt. Ah, Granaten. Smoker needs. Immer looten, looten, looten. Mal gucken, was die hier drin haben. Oh, Granaten. Sehr gut. Mal alles damit. Ich fahr' mich, wie die da meinen Links runterholen können. Ey, geil. Ah, First Aid Kit. Ah, hab' man mal selber. First Aid hab' ich, okay, das... Rucksack? Die haben leider keine Rucksäcke. Ja, wollte ich grad sagen. Haben die keinen Rucksack? So, was haben wir denn jetzt noch? Also, was haben wir ja jetzt schon? Ich kenn gern ein Visier, ey. Sollen wir jetzt... Sollen wir jetzt links... Sollen wir jetzt, äh, mittig auf der Straße lang? Oder, äh, zum AA-Team gehen, was über uns ist? 500 Meter. Obwohl, da sind ja schon Leute von uns da. Die Blauen. Ja. Äh, noch von den Bügel. Da hinten ist er auch viel jetzt. Sonst sollten wir einfach jetzt, äh... Hab' ich schossen? Oh. Ich hab' immer noch... Äh, äh, von wo? Verbündeten... Bei den Fios. Ja, läuft bei den. Bei den. Du weißt? So, wo hab' ich denn jetzt mal ne Markierung? Ja. Okay. Einfach mal... Wir folgen. Ferry up! 700 Meter. Ja, pass auf, David. Dann sind wir an der... Dann sind wir an der... An der Kante vom... Erfield. Vom Erfield. Also von dem roten Bereich. Wo die schießen? Wir hatten beschossen. Vom anderen Berghaus. Direkt gegenüber. Oh ja. Oh ja. Oh, so weit kann ich, wenn ich... Ich will nicht, ob ich das hier mal schiebe. Oh. Spacke. Geil. Das ist ein Problem. Rifle, man. Huffle click. Varian 3-3-0. Ey, hier kommen Granaten runter. Die von uns, oder? Keine Ahnung. Oh, ich bin... Ey, äh, ich bin tot. Warte, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Madic! 600 Sekunden. Ich hab gleich ein Handy. Oh, ich wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Ich muss zurückziehen. Ich glaube, wir sollten ein Stückchen zurück und umwandern. Ich hab dich, oder? Kannst du wieder aufstehen? Mensch, hörst du noch... Also noch diesen Fass. Und ich hab... Bei mir lauft noch Zeit ab. 800 Sekunden. Ist jetzt höher, höher gegangen. Ah, jetzt krieg ich die Sicht wieder ein bisschen besser. Ja. Ah, ja. Alles klar. Ja, schön. Ich bräuchte immer gleiche Heilung. Wo bist du denn? Weiter oben lieg ich. Ah, ich seh dich. Also, wir sollten hier den Hang runter. Wir müssen aus der Deckung kommen. Ja, wär nicht schlecht, wenn ich auch ein bisschen Deckung habe, ne? Wenn ich dich... Weiß jemanden haben, wie wir sind. Ich bin diese Meter einfach erhöht von der Waffe. Äh, weiterschießen da. Wer ist denn da unten? Bei uns? Ja, ich bin weiter runtergelaufen, weil die umkreisen. Ah, da ist Leon, ja. Ich komm auch in deiner Räschung. Schießen. Einer ist der letzte von denen. Die haben wir da aber auch nicht, ne? Der am Keuschen ist, ey. Ja. Aber die direkt immer laufen, wenn du auf die schießen willst, ne? Einer tut. Och, da ist ja noch einer. Oh, Leon, wir sind aber ganz weit unten. Ja, ich... ...woll die umkreisen, so hier unten. Hier unten bin ich sicherer, weil, äh... ...Jens will zu... Ja, wir können die jetzt umlaufen. Moment. Sonst würde ich eigentlich hier unten und dann gehen wir mit nach oben. So, ihr lenkt die Gute ab. Die schießen nämlich auf euch die ganze Zeit. Genau. Irgendwer von euch ist jetzt Truppführer, das heißt, ich bin dort. Okay, du müsstest eigentlich auch in URV und alles. Ne. Wir haben geschützt, jetzt habe ich hier am Schatz, endlich. Wo liegt der andere? Wo ist der andere? Ich sehe gerade im Moment, keine Ahnung. Ja, Leon ist da schon oben und der... Ja, ich komme hier von der Seite. Ich muss aber ein bisschen näher ran, weil meine Waffe von 2 Meter. Okay, einer sitzt am Geschütz. Achtung, Leon. Ich werde versuchen, ihn wegzuhören. Okay. Oh, Mann, das ist hier, ey. Konnte man vorher eine Klasse auswählen? Ähm, ja. Da habe ich... Da habe ich nämlich gar nicht drauf geachtet. Ich habe noch drei Magazine, ja, was geht ab? Oh, oh, oh. Cover me reloading! Also, ich sehe jetzt... Ich würde sagen, wir gehen runter, oder? Na, komm mal hier hin, dann behandle ich dich gerade. Dann gehen wir runter. Und dann gehen wir runter. Ich sehe noch Munition da oben, wenn wir... Ich habe ein... Da was? Noch ein, ich habe noch ein Down. Zwei Stück Down. Der hat eigentlich mein Visier genommen. Äh, keine Ahnung, ich habe keins genommen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hätte die Erdrehen. Ich hätte die Erdrehen. Aber... Der hat ein anderes Visier plötzlich. So, jetzt zweite Richtung Berg. Egal, Arthur, würde ich sagen. Hauptsache, die kommen hier weg. Ja, Auto steht auch da, gell? Ja, das sehe ich gerade. Kann ich euch den Fähl schon mal geben, diesen Commander? Also, diese... Äh, kann ich nicht. Moment. Oh, die schießen vielleicht ganz hin, kann das sein? Ich weiß nicht, wie. Ach Pat, du bist hier mit dem Transporter. Ich muss das mal geben. Ja, da ist irgendwo ein... Geh mal gerade hoch zu Jens. Steak in Fire! Ich kann zu euch. Okay. Bleib mal stehen. Ich würde gerade irgendwie gucken, dass ich vielleicht irgendwie dem Pat nochmal das geben kann. Ja, nö, kannst du es vermagen. Mach da. Ich weiß nicht wie. Das ist ein Problem. Ja, du bist verletzt. Ich sehe gar nicht, dass du verletzt bist. Okay, dann anscheinend doch nicht. Nö. What's your position? Los geht's. So. Was geht das? Da, da ist das. Guck mal Jax. Geil. 70 Meter. Warum kann ich das nicht? Du musst Linkskick machen, dass die Waffe auch anwitzt. Achso. Ne, mach doch bei mir nicht. Bist du als Schütze rein? Bitte? Bist du als Schütze reingegangen? Ja, eigentlich schon, aber bei mir... Ah, hier ist nicht ein Toter. Ja. Komisch. Ach ne, obwohl... Ich glaube, ich bin halt doch als Passagier rein. Taktische Weste. Was hat der drin? 6,5 Millimeter. Wo ist denn? Oh, ja. Millimeter-Belt. Was? Ey, ey, ey. Wir sind jetzt am Schützpunkt. Achtung. Ich will nicht noch an hier. Der was? Entschuldig. Okay. Ich hab meinen neuen Geruch geholt. Oh, das muss ich immer machen. Mit größeren. Ja, ich hab meine Munition. Da ist ja wieder nichts drin, ey. Da ist ja wieder nichts drin, ey. Da ist ja wieder nichts drin, ey. Aber wir schossen die Jungs weg. Aja, kaum gehen wir zu der anderen Kiste, wir sind beschossen. Die Kiste ist aber drin. Lauter Granaten, Rockets für den Rocket Launcher, Smokes, Claymores, Tripwire Mines. Ich wär für eine Lynx oder so. Ne. Das wär schön. Loot über mir die Kiste auch nicht. Oh, but the fuck. Soldiers. 6 Millimeter. North. There's an enemy. 80 Soldiers. 6 Millimeter. North. Status red. Okay, diese... Ah, grad mal gucken. Running low in ammo. Warte ich, aber ich komm da hinten nicht rum. Scheiße. Ich weiß nicht. Wie kommt schon die raus? Wie komm ich denn aus diesem Dicks wieder raus? Ah. Machine Gunner. 6 Millimeter. North. Food Mobile. 6 Millimeter. North. Ich hab von mir was die ausreden. Ich versuch die wieder zum Kreis und würde ich mal links rum. Ich hab noch nicht einen irgendwo gesehen. Die auf mich schießen die. Oh. Okay, einer weg. Schön. 600 Meter zirka sind entfernt. Ohne Visier ist das einfach gar nichts. Aber meinst du da? Mit meiner Waffe. Mit meinem... Gar nicht. Ich kann nur 200 Meter. Das ist echt doof. Hast du denn überhaupt ein Visier? Ja. Ich hab... Nicht Rotpunkt. Ja, ich hab auch nur Rotpunkt. Das ist echt Mist. Hm. Nur... Ja, ich würde jetzt eigentlich dann mit Leon mit gehen, aber... Ja, da sind die... Das sind die blauen. Hm. Oh, da geh ich jetzt mal da lang. Den Polen zu. Haben wir da... Leon, haben wir da noch Gegner dort, wo du jetzt hin rennst? Wie bitte? Nee. Okay. Okay. Ihr könnt beschnitten. Ich hab'n beschnitten. Nee, ist einfach viel zu weit. 500 Meter, weil ich keine Schießen hier hab. Oh, ich wurde getroffen. Jetzt muss ich aber hier weg hier. Weg 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 weg. Roll roll roll. Oh, oh. Fall. Rally up. Ja, ja, ist ja gut. Ich geh' schon weg, Mann. Oh, oh, oh. Da liegen auf jeden Fall noch drei Stück mindestens. Schießen die auf dich, Leon? Ja, dem Gott hat mich geschossen. Ich auch gerade. Oh, oh.